Hochsaison auf dem Campingplatz in Mayrhofen im Zillertal. Rund 1000 Hartgesottene trotzen jedes Jahr arktischen Temperaturen. Bis minus 30 Grad könnte ich mich auch aushalten. Sie suchen Freiheit und Abenteuer. Es haben mich viele Leute für verrückt erklärt. Wie ich gesagt habe, ich fahre jetzt auf die Messe und kaufe mir einen Wohnwagen. Weil die das verglichen haben, ist so praktisch ein bisschen obdachlos. Urlaub für die einen, Stress für die anderen. Platzbetreiber Hermann Kröll im Dauereinsatz gegen Schnee und Glatteis. Man muss eigentlich von allem ab ein bisschen Ahnung haben. Hinter den Kulissen ein knallhartes Saisongeschäft. Urlaub auf Rädern, Österreichs coolste Camper. Wer möchte hier Salat? Okay, dann auf die Gesundheit. Untertitel. Ich höre jetzt. Ich hoffe, mir geht dann mit dem Kampf zu sagen na extraordinarlieopoly oder auf der G precaution party couch. Sie sehesinl? spaghetti mitーツ cet Adamswirt. Ich verschumin.